Hallo, ihr Daxelbe mit der fünften Folge von Terminator Cervation. Hi! Äh, ja. Wir wollten den beim letzten Mal flankieren. Dann würde ich sagen, machen wir das. So, Angie, lass mich mal hier durch. Ich könnte das Event ja auch mal klappen. Okay. So, hier auch noch aufnehmen. Ah, hier haben wir wieder die Waffe. Ich mach erstmal die hier alle. Und den da. Zum Glück sind die doof. Okay. T-7-8! Oh! Oh, da sind zwei weitere. Okay, warte mal. Ich weiß nicht mehr, ob ich... ...die genug hatte. Da habe ich gar keine mehr. Okay. Okay, warte mal. Ich geh mal hoch. Und hoffe, dass ich da nochmal Granaten bekomme. So, ich werde dann gleich nochmal die Waffe wechseln. Oh, keine Ahnung. Sehr schön. Oh, die ist schon wieder. So, ich lasse mich wieder runter, weil... ...irgendwann ist ja wirklich nur die Munition. Wir werden erstmal damit kämpfen. Und rüber hier. Okay, ich muss mal... ...ich muss ihn hier ausschalten. Okay. Dann geh ich jetzt hier hinter. Oh, come on. Warte, warte, warte. Der wird auf mich aufmerksam werden. So oder so. Okay. Spiel. Lass mich das dann noch holen. Oh, Gott. Okay, wir können jetzt auch nichts weiter mehr holen. Ah, Moment. Okay, 4. 4 ist eigentlich in Ordnung. Ah, deswegen wäre er auch sofort weg gewesen. Weil es halt so eine absolute Kanate ist. Oder overpowered. Ah, ihr wisst, was ich meine. Dass das immer wieder geändert werden muss. So, oh nein. Ja, ich werde das hier definitiv dann wieder wegkauen. Und scheiße, ey. Yep. Ich gues auch. Ich habe ein paar Wasps, die sich draußen draußen befinden. Sie werden ihn die großen Schäden. Nicht, wenn sie uns nicht sehen. Bleib hoch und bleib hinter den Koffer. Okay. Mal sehen wir die hier schnell. Alter. So viel, dass wir nicht spottet werden, hm? Geh sie raus, schnell! Zu den Städten, los, gehen wir! Geh den Roketlauncher! Schon längst gemacht. Oder brauche ich noch? Brauche ich noch? Ne, brauche ich nicht. Gut. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Wir siegen den Hunter Keller. Ah, deswegen HK, Hunter Keller. Verstehe. Ich bin dabei. So, jetzt wird er eh wegkriegen. Ja, das ist mir bewusst, dass er wieder kommt. Aber schaut auf die Aero-Stands. We've got Machines behind us! Yep. War klar. So ist er denn. Er wird wahrscheinlich von den zwei Seiten hier kommen. Drei Seiten. Ich mag das überhaupt nicht. Wo soll er gehen? Oh nein. Wo ist er? Abstehen, los, gehen wir! Abstehen, los, gehen wir! Ja, danke. Danke für diese Info. So, jetzt hören wir mal. Müsst du jetzt ganz hoch, oder? Geh weg von mir! Wahrscheinlich. Ich kann das noch mal gut auf. Ja, natürlich. Oder warte mal, ich hole einfach. Ich würd gern wieder meine feurige Bewaffnung haben wollen. Oder auch nicht. Wir hören uns. Union Station ist nahe. Wir benutzen sie, um nach dem Subway-System zu fahren. Und folgen die Straßen bis zum Evelrock. Du denkst, es wird auch sicher sein? Ich denke, alles ist besser, als zu bleiben. Besonders, das ist L.A. Keiner benutzt den Subway. So, da wäre ich jetzt mal wieder. Ich dachte mir, wie schön es wäre, eine wirkliche Shower zu nehmen. Mit wirklichem Wasser-Pressure. Nicht wie die Shower in der Basis. Du weißt, wo das Wasser einfach rauskommt. Eine wirkliche Shower. Geht ihr, wenn ich ihr Mund öffne? Frau, wir sind ein Team. Wir müssen zusammen arbeiten. Ich sehe Spiders! Ich brauche Hilfe! Wir müssen diese Leute flanken! Oh, cool. Zwei mal daneben geschossen. Ist egal, ich wollte jetzt eh die Waffe hier nehmen. Die genauso viel Munition hatte, wie die davor. Egal. Stand, meine Waffe nur halt. Oh, darf ich mal hier durch? Darf ich mal hier durch? Danke. Ich will sie gerne durch. Ich will sie gerne durch. Okay. Aber da ist die Waffe geklappt hier. Oh. Time of Us hat die vielleicht auch mal weiter. Schalten so nebenbei. Okay. Ah, die schon wieder. Mal so schnell. Noch mehr. Wunderfall. Okay, warte. Ich geh mal hier hoch. Unruh. Und das noch. Hallo? Dürf dich bitten? Hä? Wo? Egal. Okay, ich mach mal so. Schon nichts geschehen. Was will der? Okay. War aber auch immer der da hinten ist. I don't understand. So. Warten, nehmen wir das hier auch noch auf. So werden wir jetzt auch nicht gewonnen. Aber es geht. Oh, sehr schön. Jetzt haben wir wieder... Voll. Okay, ich bin hier hoch. All right. All right. Okay, ich mach mal hier mit. Ich muss näher ran. Jetzt. Oh, shit. Oh, super. Oh, super. Sehr schön. Wo ist der Tam? Oh, Gott. Okay, wir kriegen gut immer mal die Zür wieder rein. Okay, wieder flankieren. Ganz klar. Hi. Was? Oh, nein. Das wollte ich, denke ich, nicht. Ich wollte... Ich wollte bei dem, ähm, auch da davor. Aber egal. So, machen wir das alles mal nochmal. Nur diesmal richtig. To the right, to the right. Was? Alter, willst du mich verarschen? Okay, warte. Ich möchte erst mal... Okay, ich mach's hier rüber. Okay, so jetzt auch. Okay, sehr schön. So, diesmal müssen wir auch auf die Anzeige achten. Zwar hier vorne. Hier. Let's come around behind them! Okay, ich muss... So, diesmal. Dahin. Oh, Gott. Darüber. Jetzt hier um die Ecke. Nein! Was? Okay, erst mal nachladen. Watch out, Connor! H.K. Take cover! H.K. 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 ziemlich simpel alles aber wir haben eigentlich alles aufgenommen kommen einfach weiter man wird aber die folge auch gleich und zwar genau hier hier ist dann auch schon das nächste spektakel dies war es aber erst mal von der folge von terminator salvation ich hoffe das hat euch ein bisschen gefallen ja dach selber bis dann